Hallo zusammen, ich begrüsse euch in einem neuen kurzen Video auf meinem kleinen aber feinen YouTube-Kanal Wilder Untamed. Heute mit einem kleinen Sony A7R5 Special und zwar ein Special schwerpunktmässig für die Videografen unter euch. Auch interessant für die Fotografen, also klickt nicht gleich weg. Ich denke, es könnte für euch Fotografen auch interessant sein, weil es wirklich ein spannendes Feature ist, aber natürlich den absolut grössten Mehrwert heute in diesem Video oder von diesem Video werden sicherlich die Videografen von euch haben. Das Thema ist, dass es mich erstaunt hat, dass über ein Feature der A7R5 so gut wie gar nicht berichtet wurde. Das ist komplett untergegangen in den letzten Monaten. Meiner Meinung nach spricht quasi fast niemand davon. Ich denke auch, dass es vielen noch nicht aufgefallen ist, vielen noch nicht wirklich bekannt ist oder so bewusst ist wirklich. Und ich dachte, ich bringe das einfach mal so ein bisschen ans Tageslicht, auch im deutschsprachigen Raum. Und unter Umständen hilft es dem einen oder anderen von euch im Rahmen von Filmen und Videodreys. Und zwar geht es darum, die A7R5 ist die erste Sony Kamera, die jetzt die Möglichkeit ein Video hat zu tracken, ohne dass man das Display hinten braucht. Ihr könnt euch sicherlich erinnern, die die filmen oder bis jetzt filmen mit Sony. Im Normalfall, wenn ihr da tracken wollt, dann musst du das Tracking aktivieren auf dem Display und dann mit dem Finger auf ein Motiv drauf und dann hoffen und gut Glück. Vielleicht hat er das erwischt, vielleicht wart ihr daneben. Musst du das vier, fünf Mal. Das war ein riesen Ding. Jedes Mal, wenn ihr das auch noch anklickt, dann vibriert die Kamera. Vor allem, wenn es irgendwie auf dem Stativ drauf hat und so. Also es war so ein bisschen, ja es war okay, semi, semi gut. Aber es war halt die einzige Möglichkeit. Und jetzt ist es so bei der A7R5. Sie ist die erste Kamera von Sony, bei der man jetzt das Tracking in Video auf eine Taste belegen kann. Und dann kann man auch über den Newfinder sich ein Ziel suchen, anvisieren, draufklicken, eh voilà. Und schon läuft die ganze Sache und man kann das Ganze wirklich gut tracken. Es hat noch so ein, zwei Kleinigkeiten, über die spreche ich später, die man wissen muss, damit das Ganze wirklich gut funktioniert. Das hat auch ein paar Limitierungen. Die sind nicht schlimm, aber man muss es einfach wissen. Ja, ich würde sagen, wir zögen es nicht weiter raus. Ich zeige euch kurz im Menü, wo ihr das Ganze findet, dass ihr das entsprechend einstellen könnt. Gut, wir sehen uns gleich wieder im Menü. Jetzt sind wir im Menü drin. Was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen aus diesem Hauptmenü wieder runter zu diesem gelben Koffer. Beim gelben Koffer müssen wir wieder auf die 3 die Bedienung anpassen und hier findet ihr rechts wieder diese Benutzer-Kernstellung. Das zweite von oben ist Video. Jetzt gehen wir auf hinten. Bei mir ist das so eingerichtet und ich habe jetzt bei mir auf den Knopf Nummer 2 habe ich das Tracking 1 eingestellt. Das findet ihr, wenn ihr bei AF, MF auf Fokusfeld gebt und dann Tracking 1 aktiviert. Das bedeutet jetzt eigentlich im Umkehrschluss, wenn ihr jetzt unterwegs seid und Tracking 1 verwendet, dann kommt dieses Feld, was ihr hier jetzt seht und ihr trackt dieses Motiv, beziehungsweise in diesem Fall jetzt die Kante oder das Kabel oder was auch immer. Ich zeige euch auch noch praktische Beispiele von draussen natürlich. Und so funktioniert das Ganze. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, da Tracking über Umschalten noch zu aktivieren. Das bedeutet dann einfach, dass ihr nicht auf dem Knopf bleiben müsst für das Tracking, sondern den auch loslassen könnt. Hier seht ihr auch, wie gesagt, ihr könnt hier auch natürlich die Erkennung, Augenerkennung aktivieren, deaktivieren. Je nachdem, wenn ihr viele Motive habt, macht das natürlich Sinn, weil sonst bringt ihr das Tracking durcheinander. Also, Tracking 1 habe ich bei mir auf AF angelegt und ihr findet das in diesem violetten Menü. Wenn ihr jetzt hier draufklicken würdet, kommt ihr wieder in dieses violette Menü für AF, MF und dort wählt ihr das aus und weist es einfach einem entsprechenden Knopf zu. Und das war eigentlich schon die ganze Sache. Nun gut, jetzt wie funktioniert das Ganze bzw. wie gut funktioniert das Ganze? Es hat so ein paar Dinge, die man wissen muss. Ich werde das jetzt im Rahmen von dem, was ich jetzt erzähle, werde ich euch ein paar Sequenzen überblenden, dass ihr das ein bisschen sehen könnt, was ich damit meine. Und zwar ist das Thema ein bisschen so, wenn ihr nervöse Motive habt, die ein bisschen kleiner sind, kleinere Vögel, nervös im Frame, dann kann es ein bisschen tricky werden. Also, ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht und zwar unabhängig davon, wie ich den Autofokus mit, wie sticky ist der und die ganzen Einstellungen, die es im Detail gibt, für den ganz regulären Autofokus. Es ist fast egal, wie ich es dort eingestellt habe, es hält nicht so wahnsinnig gut. Also, es ist jetzt nicht so klebrig, es hüpft immer wieder weg und springt zum nächsten und dann hast du es für eine halbe Sekunde, dreiviertel Sekunde auf deinem Motiv, dann springt es wieder weg. Also, wenn sich etwas schnell bewegt und relativ klein ist, kommt es nicht hinterher. Ich bin ziemlich sicher, eine Alpha 1 mit derselben Funktion würde da besser performen. Ich denke aber auch, wie gesagt, es ist keine wahnsinnig videozentrische Kamera, sie macht einen guten, soliden Job, die A7 R5. Aber es ist jetzt keine A1 oder A7 S3 oder A7 S4 vielleicht zukünftig, wenn sie dann mal kommt, in vielleicht einem Jahr oder zwei. Da würde ich dann schon erwarten, dass das funktioniert und wesentlich besser funktioniert, schneller funktioniert, zuverlässiger klappt. Aber nichtsdestotrotz, es zeigt die Idee, es zeigt, wohin das Sony geht und es ist für mich ganz klar, dass die zukünftigen Sony Kameras dieses Feature natürlich auch haben werden. Das ist natürlich mal das eine. Das andere, was auch ganz wichtig ist, das zeige ich euch bei den folgenden Sequenzen, wählt doch bitte ein kleines Feld. Also, es macht jetzt keinen Sinn, dass ihr da irgendwie mit Breit oder Feld oder irgendwie was versucht, das Tracking zu aktivieren. Weil ihr wisst ja selber, Tracking ist so, da muss man etwas anwählen. Also man muss schon spezifisch auf etwas gehen. Das ist ja auch der Grund, wieso es hinten am Display immer so fummelig war. Es ist im Prinzip dasselbe Prinzip jetzt auch hier. Wählt Tracking, wählt erweiterten Spot oder Spot S oder irgendwie sowas. Oder von mir aus Mitte, das mit dem fixen Feld, das einfach möglichst klein ist, kein zu grosses Feld ist und dem Fokus nicht so ein bisschen die Möglichkeit lässt, selbst zu entscheiden, wo er drauf will. Weil sonst werde ich fluchen. Ich habe ein paar Mal geflucht, weil ich es probiert habe, weil ich gehofft habe, das muss doch irgendwie gehen. Es funktioniert sehr, sehr schlecht. Also da müsstet ihr wirklich auf ein kleines Feld gehen. Und danach spielt keine Rolle. Ihr könnt wirklich mit Spot S auf irgendwas drauf und sobald ihr erkennt und trackt, spielt ihr die Grösse überhaupt gar keine Rolle mehr von diesem Feld, weil es trackt ja. Funktioniert sehr gut mit den Motiven oder macht am meisten Sinn natürlich, wenn ihr eben viele Motive habt, eher ein spezifisches wollt. Das kann Wildlife sein, das kann Sport sein, das kann Fotojournalismus sein. Das spielt eigentlich keine Rolle. Oder wenn ihr ein Video dreht bei eigener Veranstaltung und ihr möchtet wirklich jemanden ganz spezifischen im Fokus haben und vielleicht langt es nicht für die Augenerkennung oder so, dann kann das wirklich ein absolut geniales Tool sein. Also ich habe tierisch Freude daran, ich habe extrem viel Freude, was das mir gibt im Bereich Video und was für neue Möglichkeiten vor allem es mir erschliesst. Und halt eben auch, dass ich es so legen kann, im Prinzip widerspiegelt wie das Display hinten. Ich kann sagen, solange ich drauf bin, wird getrackt. Ich kann aber auch sagen, ich klicke es einmal an, wie sie es an, klicke auf AF-On, es fängt mit dem Tracking an. Und wenn ich will, dass es hört mit dem Tracking, klicke ich wieder da drauf oder eine andere Taste und dann fliege ich aus dem Tracking raus. Also das kann man zweierlei programmieren, wie man das lieber hat. Bei mir ist es so eben, AF-On ist bei mir Tracking aktiviert und funktioniert, wie gesagt, tadellos. Also wenn ihr irgendetwas habt, wo ihr wirklich punktuell genau sein müsst und das Motiv ist nicht zu schnell, nicht zu nervös und hat eine halbwegs vernünftige Größe im Frame, dann funktioniert das echt, echt gut, sehr, sehr, sehr zuverlässig und ist auch relativ sticky. Überraschend sticky eigentlich für eine Kamera, die eigentlich sehr, sehr fotozentrisch ist. Was ich wirklich sagen, macht mir, je länger, je mehr der Videomode bei dieser Kamera, echt Freude. Ich bin wirklich, wirklich positiv überrascht. Und ja, das war es eigentlich auch schon von meiner Seite. Ihr merkt, kein Hexenwerk, keine grosse Geschichte. Ich denke, im Zusammenhang mit dem Menü, wie auch mit diesen Videosequenzen, konntet ihr ungefähr sehen, wie das Ganze funktioniert, wie das Ganze ausschaut. Müsst ihr euch selber eine Meinung bilden, ob das für euch was sein könnte. Ich wollte es euch eigentlich gesagt haben. Ihr sollt wissen, was die Kamera kann, wenn ihr sie denn habt. Oder eben, wenn ihr sie plant zu kaufen, könnte das ja unter Umständen auch noch irgendwie so ein kleines zusätzliches Plus sein, was vielleicht so die Waage in irgendeine Richtung verschiebt. Also wie gesagt, ich bin überzeugt, es ist eine tolle Kamera, mit tollen Funktionen. Und ich mag sie eigentlich, muss ich wirklich sagen, fast von Tag zu Tag mehr. Gut, das war es von meiner Seite. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann seid doch bitte so lieb. Lasst mir ein Like da, das würde mich extrem freuen. Wenn ihr zukünftigen Konten nicht verpassen wollt, dann wäre natürlich ein Abo sensationell. Denkt an die Glocke, dann werdet ihr informiert, wenn etwas Neues kommt. Und ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, macht es gut. Vielen, vielen Dank, bleibt gesund und bis bald. Tschüss.